Hallo liebe Leute, heute gibt es von mir mal keinen Text, sondern einen Tagebucheintrag per Video. Ich bin hier gerade beim Scheldepreis und vielleicht habt ihr es ja schon mitbekommen, das war ein super Tag heute für mich und die Mannschaft. Wir haben das Rennen gewonnen, die inoffizielle Sprinterweltmeisterschaft. Leider hat es am Ende ein bisschen geregnet, da sind die schönen neuen weißen Klamotten ein bisschen schmutzig geworden, aber ich denke es war ein sehr, sehr schöner erster Erfolg für das neue Team, mit dem neuen Teamnamen, mit dem neuen Sponsor. Ich möchte mich an dieser Stelle ganz doll bei allen bedanken, die haben super für mich gearbeitet, die Jungs heute. Ich freue mich jetzt ein bisschen auf Pause, ich werde direkt von Belgien nach Spanien fliegen, in unserer Teambasis an Altea und dort einfach ein paar ruhigen Tagen entgegenblicken und dann dort auch gleich bleiben und mich auf den neuen Saisonabschnitt vorbereiten dort in Spanien. Und mein erstes Rennen wird dann die Tour of Turkey sein. Und ja, ich wünsche euch bis dahin viel Spaß und verfolgt ein bisschen meine Seite und wir sehen uns dann.